Newton, Huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 21 Karrieremodus mit dem mit den Bolton Wanderers in der vierten englischen Liga. Wir sind in dem Vorbereitungsturnier und spielen gegen SV Waldhof Mannheim. In der Bay Arena spielen wir diesmal. So wir werden aber glaube ich mal unsere Santos. Du kommst rein für Jones und Taft kommt für Delaney und White kommt für Ron und Herbert. Ich brauche unbedingt noch einen zweiten guten. So jetzt kann es von mich aus losgehen. Los. Na geht doch. So da sind wir in der Bay Arena. Der Heimstätte von Vizekusen. Das war leider und abseits und so. Die Idee selber war nicht schlecht. Ausführung dann doch eher mangelhaft. Jetzt wollte ich mal protzen mit dem, was ich im Training gelernt habe. Ja, hätte ich mal besser aufgepasst. Gib mich Ball. Das ist mein Spiel. Hab ich gekauft. Da war der Mannheimer mit der Runkelrübe dran als letztes. Keine Politik. Das ist schon wieder eine blöde Pulspassspiel. Mein Gott. Müller. Boah. Da hat der noch die Hosenträger zugekriegt. Verdammte Axt. Ja. Ich kann mich entsinnen, dass ich eingestellt habe, dass die Manndeckung ganz eng ist. Boah. geändert. Was? Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank. 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 Und der Entwickler. Gott sei Dank. 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 Gott sei Dankôiien Dank. Omg dit für den Pass werden ey. Ach. Dit sind so Sachen die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Watt. Ist schön. geht vom vom mannheimer ins haus und gibt ecke finde ich prima wir sagen wir können überhaupt was denn ich bei ihr sports jawohl müller 2 0 in den forsten und rennen sehr schön so 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 sehr schön und da steht es jetzt 3 zu 0 schön uneingnützig von von müller rübergelegt huch den hittscher bei mir abgefahren so 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 mache ich natürlich meiner war wieder zu blöd am gegenspieler vorbeizulaufen das können immer nur die anderen und jetzt so tage da frage ich mich wozu ich mir überhaupt stolz da gekauft habe und die dann ohne ins tor stelle könnte ich auch die busfahrerin stellen der kann genauso wenig halten und wir merken auch wieder zweite hälfte gehen viel robuster zur sache als in der ersten aber nichtsdestotrotz wir haben 3 1 gewonnen ich habe von allen dreien war es auch glaube ich der schwierigste gegner mal gucken wer uns jetzt zugelost wird im halbfinale des turniers hallischer fc oder lübeck oder nee der zweite rumänische vertreter so 300.000 haben wir schon mal eingenommen genau so sagt die uhrzeit kommt jetzt schaffen wir noch machen doppelfolge ich brauche unbedingt dann dafür kommst du mal für sarkovic ja und für herbert müssen uns einfallen lassen weil zur not könnte er noch den wenn man mit drinnen nehmen so jetzt natürlich auch schnell simulation machen können mache schau, 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 schau. komisch machen wir noch die nächsten dreigelassen machen wir noch ein法? machen wir noch nicht so aufgeben das ist und wir können uns jetzt noch sagen, wir können uns jetzt Untertitelung des ZDF, 2020 So, ach fuck, nur Zölbank, uh geiler Pass, komm wir da, ja, und ihr macht ihn! Trotz Bedrängnis versenkt er ihn rechts unten. Yeah! Sehr schön! Ach, schade. Ja, ich bin sicher! Der Müller, ja! Ein echter Torjäger. Boah, da sah der Torhüter aber auch nicht wirklich gut aus. Der Schuss war weder scharf noch platziert. Soll mir aber im Großen und Ganzen völlig Bockwurst sein? Weil? Richtig! Ich habe Bockwurst zur Liebe. Nein! Weil ich natürlich gewinnen will und da kommt mir das ja zu Pass, wenn wir die Tore schießen. Und... Ui! Glicks! Herzlichen Glückwunsch! Sehr schön gemacht! Und da kommt mir natürlich... Das ist mir jetzt völlig egal, wie die Tore dann passieren. Komm, Herbert! Ah, der war am Absatz! Okay! Boah, der war ja mal schlecht abgeschlossen. Der war ja mal schlecht gepasst. Und das war allerdings, das war meine Schuld. Also eigentlich hätte er gepfeifen müssen, weil das war Sperre ohne Ball. Weil der Ball war ja weg. Den habe ich ja weitergeleitet. Der ist doch so gut. Aber der ist ja auch gut. Und der ist doch so gut. Auch wenn der weiße Stahl so gut sind. Und dann konnte ich jetzt nicht so gut machen. Das war ja auch nicht so gut. Und dann würde ich jetzt nicht so gut gehen. Und dann würde ich natürlich auch gerne machen. So gut. Und dann würde ich ja gerade noch gerne geben. Nächste Headtrick von Miller. Ja, schon 11 Tore in dem Vorbereitungspiel-Turnier. Das heißt, er wird hier garantiert den Torschützenkönigspreis, den es ja nicht gibt. Aber wenn es ihn gäbe, würde er ihn mitnehmen. Schade, dann kam ich einen Schritt zu spät, dann hätte ich ihn gehabt. Okay. Boah, der Miller, was macht ihr denn? Das glaube ich ja nicht. Der Miller, heiliger Bim Bam. Ja, 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 ja. Ufff! So, das war's mit der ersten Halbzeit und der Müller Show. 4 zu 0 und alle Tore, Müller. Das kannst du dir nicht ausdenken. Müller, 10, 17, 37, 43. Ist das klasse. Hallescher FC und SV Waldhof Mannheim mit dem 1 zu 1. Da entscheidet sich dann, wer unser Gegner ist. Wäre echt schlimm, wenn nicht. So, wir können starten. Aber ist schon ein Hammer, wenn ich da dran denke. Boah, sehr schön. Hä? Oh, oh. Jawoll! Und auch noch so, dass es nicht meine Ecke gibt. Hä? Na, abseits. Shit! Habe ich ein Stück zu spät gespielt. Leute, Leute, Leute. Aber beim 4-0 ist mir das eigentlich ziemlich egal. Flump! Und Milla zum 5. Das ist alles nicht wahr. Milla? 5 Tore in einem Spiel? Geht ja gar nicht. Auweia. Akademiker. Es sieht ganz so aus, als ob ihr den Milla nicht im Griff hättet. Der kann ja nicht mittig da ganz alleine durch die Gegend reinrennen. Somit ohne Bewachung. Komm, Delfunso oder so ähnlich. Aua. Aber trotzdem sehr schön. Auch der Delfunso macht eigentlich... Aua. 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 Der hat die heute ganz alleine abgeschossen. Aber den kannst du halt auch nicht so alleine lassen. Der muss wesentlich enger gedeckt werden. Und auch das Umschaltspiel zwischen Angriff und Defensive läuft bei dem ja gar nicht. Und auch das Das war mal besser gespielt, aber halt auch nicht konsequent genug. So. Gewonnen mit einer 6-Tore-Vorstellung von Müller, dem alten Mann. Das ist ja nicht wahr. So, damit sind wir eine Runde weiter. schon Müller, schon Müller, schon Müller, schon Müller, schon Müller, schon Müller, schon Müller. hat zwar die musik ausgestellt ich verstehe nicht warum jetzt musik kommt ja ja ihr es bord so hannischer fc gewinnt 5 zu 4 nach elf meter schießen das heißt wir spielen gegen den halles mfc im finale um das vorbereitungsturnier so 450.000 euro nen haben wir noch mal bekommen damit haben wir jetzt 9,35 millionen ufe tasche aber die neuen oder die mehr als neuen benachrichtigungen und den trainingstag und das spiel gibt es alles in der nächsten folge bis dahin sage ich danke fürs zusehen und tschüss euer hightower